so dass solche schmilzt hier habe ich mal einfach so aus den 17 diamanten gecraftet da war ja noch zwei spitzhacken und sowas alles dabei im diamant bogen wärmer geil oder ein diamant pfeil mit einem schuss tot geht ja nicht mal mit einem schärfe vier entschadeten schwert diamant schwert sie irgendwie stimmt ja wir machen noch mal ganz ganz kurz pause ganz ich will ihnen nur was zeigen der bildschirmübertragung macht doch sieht man nicht nicht so lange sich umbaut eigentlich nicht macht aber sowieso nicht weil okay dann guck mal hier das kommt jetzt bei mir die ganze zeit warte guck mal ja warte ich kann nichts sehen keine ahnung guck mal was da steht ja habe ich kenne ich nicht höchel zum ersten mal ja hier was denn ich habe gesagt ich weiß es nicht ja du halt guck doch nur mal drauf dass hier ja ein toll sein kann ich kenne ich trotzdem nicht kann ich dir nichts zu sagen hey der hat hier in der IP so wartet noch mal sie aus wie die Kirche auf vorne mit ich verstehe das nicht und was ist wenn ich jetzt Kevin was ist wenn ich jetzt alles dann hiervon lösche ne und dann wieder neu drauf mache aber nur das was ich brauch keine ahnung weißt du das geht dann weg könnte sein es ist komplette betriebssystem neu aufs ich habe aber so eine w7 reparatur cd als er schon mal gesagt so zuckerrohr ist auch wieder nachgewachsen zählte grad endlich mal wieder ab weil wir es können aus keinem anderen grund hier wollte ich auch mal klaus da und reinbauen aber jetzt haben sie hier halt die fackeln so dann würde ich sagen wir packen uns mal die die taschen voll stein und ziehen mal los zu unserem bauplatz wir haben das schloss mal vorher also probe gebaut auf dem anderen server auf unserem privatserver einfach mal so und ich finde es hat schon richtig gut ausgesehen oder ja 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 so die kirche die orgel sie spielt meine söhne habt keine angst Gott wacht über euch. Ach, wer's glaubt. So. Guten Tag. In die nicht vorhandene Menge ist. So, Hauptsache Holz haben wir hier noch. Ob trage ich eigentlich schon die ganze Zeit Holz mit mir rum? Ich versteh's. Warum mach ich? Will ich zwei Türen machen? Ich brauch doch nur eine. Was mach ich denn? Warte mal. Mein Keller. Was macht der denn jetzt? Ja, das ist jetzt halt mal wieder so eine Sache. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Wollte ich hier eigentlich noch machen? Wollte ich hier noch was? Schafe, Schweine. Komm, wir vermehren mal die Schweine. Wir haben ja noch ein bisschen Weizen. Haben wir noch zwei? Ich glaub, ich hab ja noch zwei Stück. Ja, wir haben noch zwei Weizen. So, einmal du und einmal du. So. Hä? Ach, da ist es. Gut. Kühe. Haben wir noch gar keine Kühe. Bleibt mal leer. Hier haben wir Schafe. Gefärbte Schafe. Okay. Ja, ich glaub, der kommt jetzt gleich wieder. Ansonsten werd ich die Aufnahme mal kurz pausieren. Tja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Starkillers Haus. Was hat der hier auch so? So, hat man das jetzt gehört? 35 Diamant. Redstone hat er noch, der Sack. Eisen, Kohle. Ja, der kommt doch alles ins Hauptlager. Mann, oh Gott, wie viel Pflastersteine der Marcel noch hat. Wo denn? Hier. Jetzt kommt doch alles ins Hauptlager. Den Rest kann er behalten. Doch. Wisst ihr? So. Ja, weg da. In der Redstone hier. Gleich mal alles hier konfisziert. In unser Hauptlager gebracht. Haben wir noch mal Renten? Oh Gott, so viel Rentstern können wir nie verbauen. Meine Föße, ey. Ich kriege einen Vogel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab was. Dann ist mein Stiefvater gefragt und er hat gesagt, es ist ganz schwer, das wegzubekommen. Ja, das ist eine halt. Das ist die Virus eingefangen. Ja. Ich. Ich will nicht den Desktop, der wird es nicht mehr benutzen oder beziehungsweise die Festplatte formatieren. Ja, wie. Ja, die Festplatte formatieren. Ja, wie. Ja, die Festplatte formatieren. Würde ich mal sagen. Und was macht er dann? Löscht er dann einfach alles, was auf der Festplatte drauf ist? Ganz genau. Und dann kann ich mal alles wieder neu drauf machen? Ganz genau. Und was? So sieht das ungefähr aus. Und was bringt mir das dann? Sag mal. Ja, dann ist halt alles von deiner Festplatte runter. Auch der Virus. Echt? Ja, wenn er alles löscht, brauchst du aber ein richtig, ein Formatierungsprogramm. Ich weiß nicht, ob dafür die normale Windows-Formatierung ausreicht. So, wir gehen jetzt mal ein paar Zombies schlappen. Kannst du mir das dann mal senden? Oder? Ja, ich hab keins. Ich weiß auch nicht, wo ich das jetzt her zaubern soll. Mal gucken. Tag, Creeper. Was denn? Warum fliegst du denn so weit? Fliegende Creeper, ich glaub's ja wohl. Weil ich werde immer absurder. Ach du Scheiße. Wumms. Junge. Hallo Enderman. Komm her. Bang. Ja, geschlitzt. Boah, es nur eine Enderperle. Ich bin enttäuscht. Jetzt bin ich sauer. Du rennst ja hier auch ohne Rüstung rum. Ja, ich bin einmal gestorben. Ach, Billy. Ach, Billy. Oha, wo ist denn hier ins Gelett? Oha, Junge. Oha, Junge. Oha, der Server lacht, ey. Oha, da liegen noch XP. Oha, Kevin, helf mir mal wieder. Wo bist du denn? Aber was haben wir denn zwei verlieren? Da fertig. Ja, die nerven halt. Wo bist du? Bang. Bautsch. Oha. Wo ist denn hier eins? Oder wo bist du? Fass, wieso liegt hier unten eine Schaltplatte? Wo liegt da unten eine Schaltplatte? Ich hab da gerade eine Schaltplatte rausgemacht. Wo denn? Ja, da, hör ja unten, da wo ich stehe. Ja, wo stehe ich? Ich seh dich nicht. Mann, warte. Ja, wenn ihr, geh mal raus und wieder rein, weil sonst sieht man die IP. Weil, äh, naja, ist egal. Siehst du mich? Ja, jetzt. Okay, gut. Wo waren Schaltplatte? Hier. Echt? Ja. Vielleicht von dem Creeper, der den anderen Creeper in die Luft gesprungen hat. Ne, wahrscheinlich von Skelett. Weil wenn du, wenn du dafür sorgst, dass ein Skeletten den Creeper abschießt, dann bekommst du. Jetzt klaut mir auch noch meine XP. Ich glaub's nicht. Kevin. Was? Hör doch mal auf meine XP zu klauen. Nein. Wow, super groß kam ich an. Oh, super groß kam ich an. Oh, diese hässlichen Spellette. Super. Go, es kam ich an der Attacke. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt war's kritisch. Scheiße, ich hab nicht auf den Essensbalken geachtet. Back. Und du warst es nicht dreckiger Zombie. Du hast es gewagt, mich zu töten. Zurückstoß hat einen blöden Nachteil. Und zwar fliegt der Körper dann weit weg. Und dann musst du nochmal 5 Kilometer retten. Damit du an die XP kommst. Ich muss mal kurz die Rüstung wieder anlegen. Kein Wunder. Ich hab ja fast keine Rüstung mehr. Für den Enderman reicht's noch. Boah, 4 Enderperlen auf einmal. Ach ja, für die, die es nicht wissen. Man kann, ähm, Enderkisten kann man mit Behutsamkeit abbauen. Also mit einer Behutsamkeits-Diamantspitzhacke. Nur mal so nebenbei. Für die, die es nicht wissen. Also eine behutsame Diamantspitzhacke mit Behutsamkeit dabei zu haben, ist sehr nützlich. So, ich konnte endlich mal pennen. Ist ja auch mal was Neues. Halsmaul. So. Halsmaul. Halsmaul. Ja, wie jetzt? Hallo, Spinni. Und tschüss. Guck, die Spinn... Die Spins sterben manchmal mit einem Schlag. Ja, die sterben bei mir immer mit einem Schlag. Bei mir nicht, obwohl ich ja volle Schärfe entschadet hab. Rückstoß und Plünderung. Bei gemütlicher Klaviermusik im Hintergrund. Ein paar... ...viecher abschlachten. Ist natürlich sehr schön. So, und vielleicht gehen wir auch irgendwann mal in den Dschungel. Spätestens, wenn der PC da ist. Weil es dann hier nicht mehr rumlackt und rummacht. Ja, da läuft alles schön flüssig hier. Aber hier haben wir... Da unten ist ein Schaf. Hier haben wir ein ekelhaftes... Ein ekelhaftes Loch. Das müssen wir mal zumachen. Da haben wir das Haus. Und ja, ich hab jetzt eigentlich nur gewartet, bis du wieder da bist. Dann können wir nämlich mal jetzt unsere Sachen packen und mal losziehen zum unserem Schloss. Wo wir das bauen wollen. Alter, wie viele Knochen wir haben. Dafür werden wir allerdings etwas Erde brauchen. Aber wir haben ja eh genug. Wo hast du eigentlich den Plattenspieler hingeräumt? Bei mir im Haus. Bei dir im Haus. Wollen wir mal gucken, was da auf dieser Platte da drauf ist. Nein, Hund ist hier kriegt nix. Ohne ihn bei dir im Haus. Hä? Bei der Wolle. Ach, jetzt seh ich's.